What's going on, liebe Leute? Ich bin's mal wieder, euer Suited Gamer. Ich hoffe, euch geht's gut, wie immer. Und heute mal wieder was Neues. Und zwar, die einen oder anderen, die schon mal meine Streams geguckt haben, die wissen, ich bin eigentlich der Suited Gamer, a.k.a. The Emotional Gamer. Und ja, da ich das doch ab und zu das eine oder andere Mal durchsickern lasse, habe ich gedacht, ich mache eine kurze Compilation aus meinen besten Rages. Viel Spaß damit. Wenn es euch gefällt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen. Ebenfalls ein Comment. Und ja, ihr wisst, jeden Dienstagabend ab 19.30 Uhr live auf Twitch. Super, ich freue mich und bis dann. Das war jetzt also nicht so schlecht. Ja, pff. Ja, fick dich. Fick dich, Boki. Ganz ehrlich. Hier noch extra einen markieren, oder was? Komm. Ich bin jetzt mal mehr gestorben, als ich. Ich riskiere keine Dinge. Fuck, ich bin so ein scheiß Idiot, ey. Ohne Scheiß. Wie amateurhaft ich das gerade gemacht habe. Was für ein Fail. Mein Gott, bin ich scheiße gerade, ey. Nein, wie kann ich das verlieren, Mann? Wie nur? Hä? Ich habe doch den Cache gehabt. Ich weiß, ich check jetzt gar nicht. Nein, natürlich ist da noch einer gekommen, Mann. Ja, natürlich. Hock doch einer dort. Ist doch logisch. Schau ihn an. Schau ihn an, Mann. Was für ein Camper. Dann hat er noch ein Schild aufgestellt. Okay, ich ins Loch. Ja. Wow. Nein. So ein Scheiß, Mann. Oh, Mann. Der ist sowas von one fucking shot. Und nicht mehr, Mann. Was für ein Scheiß, Alter, ey. Ah, das gibt's doch gar nicht, Mann. Fucking hell. Ja, Nico. Fick dich. Wow. Och, und da hat's ohne Scheiße, Mann. Och, ich. Krieg die Krise. Nein, Mann. Uns hätte noch fast gereicht, ey. Du bist so scheiße. Echt. Wo war der? Wo war der? Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab's nicht gecheckt, Mann. Oh, ich. Wieso reg ich mich überhaupt auf, ey. Echt. Nein. Fucking A. Nein, guck dir das an, Mann. Den hätte ich gehabt, ey, wenn der mich vorher nicht gehört hat. Beziehungsweise, wenn der mich vorher nicht schon getroffen hätte. Das wollte ich sagen. Kacke, Mann. Ja, super. Wow, du bist so ein Wichser, Mann. Aber das gibt's doch gar nicht. Der ist wieder da am Campen, Mann, diese scheiß Buy-Station. Boah, ich komm da runter, ey. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, ich komm da runter. Was für ein Arsch, Mann. Ah, okay. Ist er natürlich weg. Also da in der Scheißsäcke ist er zumindest nicht mehr. Ja, und ich nehme die Waffe, die ich ausgeschossen habe, ich Idiot. Und es ist der gleiche Wichser von vorhin, Mann. Boah, bitte, ey. Bleib einfach da. Ohne Scheiß. Ja. Ah, und jetzt spawnt der mich. Natürlich auf der anderen fucking Seite der Map. Oh, mein Gott. Und Lodart ist natürlich alleine, ne. Ist klar. Ist klar. Woh? Woh. rig. Das ist ein Wettbewerb. Ah, du Arsch, Mann. Hockt der natürlich in der Ecke, Mann. Wie ein Arsch, das halt so macht. Ist ja klar. Nee, ist, hey, ist okay, ne? Ist okay. Aber jetzt muss ich hier das scheiß Loot holen. Und das wird ein bisschen doof. Weil der wartet jetzt da fix, ne? Oh, shit. Oh, shit, Leute. Das wird jetzt ein tricky Part hier. Das muss ich schon sagen. Also, ich glaube, Lootout hatte er ja selber, ne? Aber. Oh, nee, ne? Oh, und jetzt hockt er da oben, Mann. Du bist so eine feige Sau, ey. Ohne Scheiß. Guckt euch das an, ey. Fizzy Elf. Was für eine feige Sau. Da habe ich keine anderen Worte für. Echt. Jemand, der so spielt, Mann. Hockt er in der Scheiß-Ecke mit einem Heartbeat, ey. Unglaublich. Wenn du wenigstens ein Heartbeat nimmst, ein bisschen rumläufst und guckst, wo die Leute sind und die räumst, okay. Und dann wieder weiterziehst. Easy. Alright. Nichts dagegen. Aber in der Scheiß-Ecke zu hocken und einfach im Heartbeat zu gucken, still, natürlich niedergekniet. Das ist eigentlich noch alles, dass er nicht gelegen ist, Mann. Boah, da kriege ich sowas davon zu viel, ey. Ohne Scheiß-Ecke. Ohne Scheiß-Ecke. Oh mein Gott. Ja, aber ich kann zurückkommen. Und ich muss sofort auf meinen Loot droppen. Und zwar sofort. Und dann in Deckung. Sonst geht's nicht. Boah, shit. Das wird so knapp, Mann. Das wird so fucking knapp gerade. Ja. Ah, du Wichser, natürlich. Natürlich bleibst du da, Mann. Was? Ich kann noch mal zurückkommen. Kein Gasmask, ne? Das kommt ja noch dazu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht, Leute. Wow. Nein, der Wegser, Mann. Das gibt's doch.